Hallo zusammen, ich bin Monika Busser, Videomadratorin von Romberg. Wir sind hier im Hauptsitz, wo uns die Filialleiterin Frau Michaela ein paar Geschenktipp verraten. Hallo Monika. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Immer wieder gerne. An Weihnachten ist es doch so, dass sich Verliebte gerne ihre Liebe zeigen. Hast du uns hier eine kleine Schmuckauswahl? Ich zeig dir was. Danke. Zum Beispiel der wunderschöner Solitärring. Das ist jetzt ein Weißgold mit Diamant. Ganz schön. Ja. Und dann, wenn man den verschenkt mit einer besonderen Verpackung. Ich zeig dir das mal. Ja. Wenn das so aufmacht. Ja doch, absolut super Geschenk. Und dann so Memory-Ringe sind natürlich auch immer gefragt. Gibt es in Weißgold, in Gelbgold, in Silber, in Diamante. Jede Art. Ja. Herzen. Jede Art von Herzen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Rosé-Goldherz mit Diamante und Kette. Gibt es natürlich auch in Gelbgold, in Weißgold, in Silber. Also für jeden war es dabei. Thema ist natürlich auch Freundschaftsringe. Mhm. Freundschaftsringe haben wir in Stahl, in Titan, in Silber. Ja, ja. Bis ganz besondere Oberflächen mit Steinen. Ja, ja. Doch. Also eine riesen Auswahl, ich merke. Wirklich. Eine verliebte Riesenauswahl. Ja. Nein, doch. In diesem Fall vielen Dank für deine Tipps. Gerne. Und falls ihr auch noch auf der Suche seid nach einem Geschenk für euren Partner oder euren Partnerin, besucht uns doch in einer unserer Romba-Filialen oder im Onlineshop.